Hey Leute, heute geht es um Grundspieltechniken dieser Holzbox, Kajam und Karolid. Am besten beginnen wir mit dem Grundbeat. Gerade Taktart, Viervierteltakt. Der Bassschlag wird mit der Handbreh der gestreckten Hand erzeugt, das wird sich so an. Dazu kommt die Grundsätze, den Bassschlag im Hof zählt seit 1 und 3. 1, 2, 3, 4, mach die Nippe und 1, 2, 3, 4. Dazu schlägt auf Zeltzeiten 2 und 4 die andere Hand im oberen Drittel und abend, die es nett war, hast du die kleine Trommel vom Schlagzeug nach. Jetzt alles fertig. Zur Variation machen wir die gleichen Produkte der Rutschspiel. Dabei benutzen wir eine halbe Kraft, um die Fingerbleiben auf der Schlagfläche liegen. Mach die mit und Das machen wir lau und leise gemeinsam und Für das war's, ich bin Spaß beim Üben. Tschüss! Auf Wiedersehen! Doh! 2-3-4-4-5-5-1-8-4-5-5-5-4-0-5-5-1-6-6! Vielen Dank.